Wir machen heute Murmelaufgaben. Hier seht ihr die Aufgaben, die wir heute machen. Okay, jetzt fangen wir an. 3 plus 2. Jetzt wollen wir 3 Murmel. 1, 2, 3. Jetzt liegen da 3 Murmel und jetzt plus 2. Jetzt holen wir noch 2 Murmel dazu. 1, 2. Jetzt zählen wir, wie viele. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt schreiben wir die Lösung dahin. 5. Gut. Und jetzt machen wir neue Aufgaben. Jetzt 4 Murmeln. 1, 2, 3, 4, 4 Murmel plus 2 Murmel. 1, 2. Jetzt zählen wir, wie viele das sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt schreiben wir dann das 6 hin. Jetzt kommen wir zur anderen Aufgabe. 6 plus 3 gleich. 6 Murmel holen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Murmel legen jetzt hier plus 3. Also noch 3 dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt schreiben wir nur 9 hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt machen wir eine neue Aufgabe. 3 plus 4 gleich. 3 Murmel. 4 Murmeln. Und 4 kommen dazu. 1, 2, 3, 4. 4 Murmeln sind jetzt drin. Jetzt zählen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt schreiben wir eine 7 hin. Jetzt kommen wir zur anderen Aufgabe. Sondern 4. 4 Murmeln. 1, 2, 3 und 4. 4 plus 3. Und 3 dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Würfel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt schreiben wir dann eine 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kommen wir zur anderen Aufgabe. 3 plus 6. 3 plus 6. Bleiben wir jetzt da hin. 3, 1, 2, 3, 3 und 6 dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt schreiben wir eine 9 hin. Jetzt schreiben wir zur anderen Rechenaufgabe. Rechenaufgabe. Sondern 1 plus 4. Jetzt nehmen wir 4 Steine. 1, 2, 3, 4. 4, 1 plus 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt schreiben wir eine Fünfe hin. So. Jetzt ist es eine andere Aufgabe. 3 plus 5 gleich. 3 Würfel, 1, 2, 3 plus 5. Und jetzt eine Fünfe. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt zählen wir sie zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schreiben wir eine 8 hin. Und jetzt kommen wir zur letzten Aufgabe, sondern die Aufgabe 7 plus 2 gleich. Wir holen jetzt 7 Brunsche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt schreiben wir eine 9 hin. Das waren unsere Aufgaben mit den Füffeln. Mit Murmeln, ne? Das war die Aufgabe mit Murmeln. Words. Als ob in